Vor 50 Jahren waren Inuyasha und Kikyo in Narakes Falle getappt und aus ihrer Liebe wurde tödlicher Hass. Ich konnte den Fluch aufheben, der auf Inuyasha lag, und Kikyo wurde durch Horas' schwarze Magie wieder zum Leben erweckt. Kikyo und ich, wir zwei sind völlig verschieden. Auch wenn es immer heißt, ich sei ihre Wiedergeburt. Inuyasha ist hinter Narake her, weil der euch beide vor 50 Jahren getäuscht hat. Im Gegensatz zu dir hat er noch etwas vor. Inuyasha will leben, um ihn bekämpfen zu können, das ist sein großes Ziel. Und er ist fest entschlossen, am Leben zu bleiben, bis er Narake gegenübersteht und deinen Tod rennt. Im Prinz! Untertitelung des ZDF, 2020